Was hab ich getan? Warum soll ich rausgehen? Was hab ich getan? Warum? Was hab ich getan? Was hab ich getan? Was hab ich getan? Komm! Komm! Mach! Ich bin Rory! Ja! Nein, geh doch mal raus! Komm, jetzt wird raus! Hey, lass mein Handy, lass mein Handy! Fast nicht an mein Handy! Warum soll ich rausgehen? Warum soll ich rausgehen? Was? Was? Ich geh raus! Ich geh raus! Warum soll ich rausgehen? Warum soll ich rausgehen? Wollen wir spielen oder was? Was spielen? Hat nichts zu tun mit spielen! Was wir machen ist einfach scheiße! Leute, du willst einkaufen nur... Geh raus, Alter, von alleine! Nichts zu tun! Nein, nicht zu tun! Nein, es geht gar nichts! Es geht gar nichts! Ich mache das Video die ganze Zeit! Ich mach nichts! Ich mach nichts! Ich mach nichts! Was hab ich getan? Was hab ich getan? So geht das nicht. Mit Gewalt geht das nicht. Mit Gewalt geht das nicht, Mann. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Ich habe Eier so wie euch. Ich bin ruhig. Ich bin nur nicht rausgeregt, Bulla. Das ist wie? Sie sollte das so machen. Ich will einkaufen. Warum soll ich raus? Eine Gruppe, dann gehe ich raus. Du schreit. Du schreit. Ich bin die ganze Sache ruhig. Jetzt gerade schreit. Sie haben mich gewaltigen. Sie haben mich gewaltigen für nichts. Warum haben Sie mich gewaltigen? Sie hängen die Hand hoch. Warum? Herr, wegen Mann. Warum haben Sie mich gewaltigen? Das ist das Problem. Er hat alles in dem Sitio. Warum haben Sie mir gewaltigen? Mann, sag dir 20 Mal, dass du rausgehen sollst. Warum soll ich rausgehen? Das gibt keinen Grund. Jetzt rausrecht. Nein. Das ist doch nicht. Warum? Ich rausgeholt. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Am Ende weiter auf. Funk mal durch, statt die Gruppe kommt. So eine Miene auf. Gute. Das ist gut. Das ist gut. Kann ich auch. Ja, kannst du machen. Es ist mir egal. Warum? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Sie haben mich gewaltigen. Sie haben mich gewaltigen. Ich verspende dich. Ich bin easy. 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 Ich bin easy, Mann. Ey. Komisch. Ich bin easy. Ich bin easy. Ich bin easy. Ja, ich habe dich. Wir hatten ein leises Kiloberat zu führen. Was habe ich bei Sie? Und die Aufforderung, die das Haus verlassen kann, 10 Minuten. Ich war auch dabei. Der Herr filmt die ganze Zeit alles. Kein Problem. Er darf den Gründer auch nicht filmen. Und er sollte das Haus verlassen. Nur 10 Minuten wird uns gewählt. Eine Anzeige verloren. Alles klar. Sie verstehen uns auch? Natürlich. Kein Problem. Lass uns noch mal an. Sie haben auch gerade mitgehört. Sie wissen worum es geht. Es steht Haus Flins, Filmraum ist ein Strafrat. Da müssen Sie sich nicht zu äußern. Bevor ich aber weiterrede... Ich darf gar nicht sagen, dass du... Sie bitten das Handy wegzustecken, weil Sie haben ja nicht das Recht zu filmen. Es ist ein Privatbereich und der Inhaber des Hausrechts hat sich untersagt. Ja, aber auf keinen Fall nicht gemacht. Stopp ihr die Videos für die Videos.